Hier befinden wir uns vor dem Verfügungsgebäude, kurz VG. Das ist ein Gebäude mit vielen Seminarräumen, wo ihr dann auch später irgendwelche Tutorien haben werdet. Das ist nicht nur für Wirtschaftswissenschaftler, sondern für alle Fakultäten, also die können alle darauf zugreifen. Und außerdem befindet sich auf der Rückseite des VGs noch ein Club, der Stilbruch, der von studentischen Hochschulgruppen gemietet werden kann, um da Partys zu veranstalten.